Wollte ich mal sagen, machen wir ein neues Raten. So, wie sieht's aus? Haben wir noch ein Minus? Sind wir jetzt noch nicht im Betrieb? So, okay, ja, 0,5. Schon ein bisschen eng. Was kostet denn das? Das kostet eh nur minus 40 in der Stunde. Wir machen so ein Ding, hein? Das hat 5,1. Das hat nur 3. Hier haben wir ein größeres Ding. Alter, das braucht halt auch natürlich mehr Platz. So, bauen wir das hier. Zack, alter, das ist das Ding riesig. So, jetzt haben wir auch wieder schöner Überschuss. Alter, oh, da ist der ganze Strom ausgefallen. Okay. Ja, der pumpt sich ja jetzt gleich hier wieder durch. Alter, da hinten auch? Ups, Alale. Okay, auf sowas muss man natürlich aufpassen. Ist natürlich nicht gut. So, die Feuerwehr ist schon da. So, okay, was können wir hier machen? Hier haben wir so eine Straße. Die können wir noch irgendwie hier anbinden oder so. So, zack, 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 zack. Ja, jetzt fließt er durch. So, die Uni hat auch schon ein bisschen Strom. So, hier fehlt noch was oder so. Ja, komm, und hier hinten. Au, das flitzt hier schon noch durch. So, hier. Die Löschfahrzeuge sind nicht rechtzeitig zum Brand gekommen. Oh. Sind Gebäude abgebrannt? Oh, shit. Okay. Ähm. Wie konnte man das nochmal sehen? Da war noch irgendeine Karte. Brandrisiko-Karte, Müllkarte, Grundwasserkarte. Nee. So. Wo haben wir ein Brandrisiko? Da drüben. Und da? Alter. Gelöscht. Wird auch gelöscht. So, das ist ein verlassenes Gebäude sowieso. Mach das mal weg. Ein verlassenes Gebäude und warum hat das dann so ein Brandrisiko? Mach ja mal kaputt. Vielleicht baut da irgendjemand mal was Neues hin, und dann hat es nicht mehr so ein großes Brandrisiko. Vor allem hier auch. Wir machen... Ja, okay. Hier haben wir auch so ein großes Brandrisiko. Verstehe ich gar nicht, warum. Also da flitzen sie wieder rum. So, gucken wir nochmal. Irgendwo war doch mal so eine Karte, wo man Dings gesehen hat. Du hast ja ein Gebäude abgebrannt und wo ist das? Wo sehe ich das? So, von oben her gesehen sehe ich mal nicht viel. Mal Brandrisiko. Gewerbegebiet, in das Striegebiet. Nee. Technologie. Keim. Nee. Hm. Irgendwo konnte man das mal sehen, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo. Handelskarte, Terrorismuskarte. Was ist denn dann irgendwie hier? Ach da, hier. Gebäude verbrannt. Muss doch irgendwo hier ein Zeichen sein, oder? Nö. Wo stand doch dran, dass eins abgebrannt ist. Aber egal. So, und hier sollten wir wohl ein bisschen weiter ausbauen. Müllentzeugung auch noch ein Problem, oder wie? So, und da sind keine Müllhalle ge... Was? Ich habe keine Müllhalle gebaut. Alter, was laberst du. Habe ich die nicht gebaut? Ein Zäuglingzentrum, Alter. Was geht ab? Kostet aber ganz schön viel. Okay. Das hört sich aber gar nicht so schlecht an. Ich denke mal, eine Müllhalde brauchen wir trotzdem. Und die machen wir wohin? Den bauen wir... Bauen wir mal hier hin. So, erzeugte Luftverschmutzung noch keine. Ist doch gut so. So, wir haben einen Wagen. Einen Abfallbereich. Wir haben halt eine Luftverschmutzung. Ein bisschen blöd, aber die zieht eigentlich hier so rum. Also nicht so schlimm, wäre nicht über das Wohngebiet drüber. So, machen wir hier nochmal einen Wagen hin. Oder? Was kostet der? Nee, das ist so not. Come on. Können wir uns noch leisten. So, wieder da raus. So, die stellen läutern. Ja, okay. Ja, hier überall, Alter. Hier blinkt es überall. Gibt es ja gar nicht. Oh, da dürfen die ganz schön weit fahren, ey. Ah, da fahren wir gleich zwei. So, hier geht es auch schon ab. Heute unterrichtet der Sims. Yo. 343. Oh, hier brennt es. Oh je, es brennt. Ah, schon da. Hallo, der TV-Helikopter ist auch schon da. So, schaffen die es auch? Ey, die sind aber schon ein bisschen überfordert irgendwie. Ich meine, aber es ist fast lohnt, auf eine große Feuerwache zu gehen. Alter, wie riesig die Gebäude sind. Alter Verwalter. Ich weiß nicht, die machen doch eh kein Geschäft hier, oder? Oh, doch, machen sie sogar. Alles klar. Ja, dann baue ich das halt hier hin. So, ich weiß nicht, weil ich mache die kleine dann weg. Mal schauen. Die macht halt 1700 Minus. Und die hier 675. Ich würde mal sagen, lass mal beide da. Vorherst. Schauen wir da mal kurz rein. So, machen wir noch einen Fahnenmast irgendwo hin. Wo machen wir den am besten hin? Ja, in die Ecke geht das Störter, glaube ich nicht. Schild irgendwo. Nehmen wir den Fahnenmast. Feuerwehreinsatz, Tom. Okay, kommentiert. Über Satelliten erhöht die Reaktionshälte aller Löschfahrzeugen. Ja, den bauen wir hier hin. So. So, was hat er? Hier liegt immer der Müll rum. Ja, meine Müllwagen, die fahren doch schon hier rum. Keine Bange. Langsame Feuerwehr. Ja, chill doch mal. Die chillt auch, die Feuerwehr. Wow, hier langsam sind ja voll große Häuser, ey. Alles größer. Schon mal weiter für Vormarsch. Sogar mit Parkplätze. Hier wird alles vergrößert. Was sagt der? Es gibt zwei Arten von Menschen, auf die sie weit käufernd arbeiten. So, wenn du kommst, hörst du. Keine Ahnung, ich bin Bürgermeister. Alle, hier alles haben sie vergrößert. Da hab ich gar nicht mitbekommen, ey. Voll cross, Mann. Hier so ganz kleine Häuser und hier schon so Reihenhäuser. Richtig übel. Ich bin fast sicher, dass das Glas nicht halb leer ist. Das ist wissenschaftlich gewesen. Ja, bist du ein Student oder was? Gehst du auf die Uni? Hier rüber, oder? So, was kann man sonst machen? Vorher war irgendwas mit Polizei ein Problem. Kann das sein? Beziehungsweise, ich kann jetzt mal hier das komische... Ich hab' ich überhaupt ne Polizei? Hab' ich glaub' gar nicht. Kann man bauen mal das Maxis Herrenhaus. Mal nehmen die Feuerbach hin. Hui! Alle, wie sich alle freuen. Durch die ganze Stadt, oder wie? Alter Brrrr! Ha! Allo, komm, wir müssen da hinten drinnen. In die letzte Ecke. So, was können wir hier machen? Erfordert Garage, erfordert Dingsbums, erfordert Dingsbums. Okay, kann man noch nichts bauen. So, machen wir Verletzten retten. Schicken Sie ihm nächstes auf die Patrouille. Ja, da fahrt er, oder? Wurde mir nicht angezeigt. Oh, wir haben zusätzlich Gold bekommen. Äh, Gold, Geld halt. Ach nee, das sieht man jetzt. So, wo flitzt er hin? Verfolgen wir den mal. Ja, oh, 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 oh. Ach, da runter geht er. Okay. Hallo, bleib mal stehen, du Sau. Alter, der flitzt mir voll weg. Jetzt habe ich ihn. Und weg zu meinen verletzten Bürger zu heilen. Okay, der sucht aber noch. Oh, Alter, hier in dem Industriegebiet. Der hat auch wieder kräftig gebaut. Oder neu gebaut. So, okay, was machst du jetzt? Steht er auf der Straße, oder wie? Hat er mich gerettet. War ein Arbeiter in Not, oder? Oh, was haben wir hier? Also, Stadt wird von der wirtschaftlichen Totalverdriebe. So, nehmen Sie was. Ja, ja, passt schon. Was mache ich? Stellen Sie mehr Jobs zur Verfügung. Stellen Sie mal Unterkünfte zur Verfügung. Ja, ja, nachher. Nur mehr Jobs zur Verfügung. Bäm. Schon erledigt, ja? Was geht ab, Mann? Unterkünfte hier haben Sie auch gebaut, schön. So, okay, in der flitzieren wir den ganzen Tag weit, oder wie? Nee, doch nicht. So, in der ganzen Stadt liegt ein Müll rum. Ja, ja, die fahren doch schon die ganze Zeit rum. Wo sind die überhaupt gerade? Ich sehe sie gar nicht. Werden wir gerade gar nicht angezeigt. Beim Müll abholen, ja, passt doch. So, Wasser. Okay, kein Wasser. Wir haben hier eine Pumpstation. Oh, ich bin es ja zu teuer. So, wir haben hier einen Wasserturm. Macht ja, ich glaube, keine Verschmutzung, keine Luftverschmutzung, so. Wir haben aber schon eine wasserreiche Gegend, eigentlich. Oh, jetzt bin ich ein bisschen verschmutzt. So, dann baue ich das einfach hier hin. Na, irgendwie neben das Radhaus sieht doch auch ein bisschen beknackt aus. Dann baue ich das irgendwo. Dann kann ich das hier hin. So. Wir haben wieder genug Wasser. Abwasser haben wir natürlich auch das Problem. Verstopfte Rohre. Okay. Wir haben ein bisschen überfüllt. Hat zu viel zu tun. Vor allem hier unten. Wir haben auch immer noch was, wenn man nur einen guten Knullsp directions kommt. Erst Mal, wenn ich Mama verprывают. Wo war in der quartz! Taüila! Die vor allem seitdem war's Prozent zum Actionverschmutzagen. Wo sind